Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Der Name Hühner steht für Fleisch- und Wurstwaren der Spitzenklasse. Als beliebte Metzgerei mit Imbiss bietet das Augsburger Traditionsunternehmen täglich frische Köstlichkeiten. Freuen Sie sich auf wechselnde Tagesgerichte wie Schweinebraten, Cordon Bleu, Currywurst oder vielfältige Pfannengerichte. Ob in der Mittagspause oder bei einem Treffen mit Kollegen. Hier können Sie regionale Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre genießen. Selbstverständlich gibt es alle Gerichte auch zum Mitnehmen. Auch die bayerischen Fleisch- und Wurstwaren sowie die Fleischküchle und Hackbraten sind bei Kunden aus nah und fern begehrt. Um Sie mit geschmacklicher Vielfalt zu verwöhnen, stehen natürlich auch vegetarische Gerichte auf der Karte. Nicht umsonst wird der Betrieb von zahlreichen Stammkunden geschätzt und von der Firmen-TV-Redaktion empfohlen. Hühner, Fleisch und Wurstwaren – traditionelle Speisen zu fairen Preisen.